Ist da noch was dazu? Nein. Was? Wer ruft denn da dauernd? Jo! Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier am Flexin. Das ist auf jeden Fall nicht Tanzverbot. Sieht auf jeden Fall so aus, aber Grüße gehen auf jeden Fall nicht raus an dich. Und Leute, wir starten heute wieder einen ganz neuen McDonalds-Prank. Wir fahren heute einfach in Drive. Ich oder er wird hupen und wir werden die so richtig nerven, Leute. Ich bin mal auf die Direktion der Mitarbeiter gespannt. Und willst du was sagen heute? Darf ich doch eh nicht, wie immer. Ernst, richtiger Rat, Leute. Viel Spaß! Immer wenn der was hat, ne? Das ist voll laut, Digga. Guck mal, wir testen ein bisschen. Ja, geht. Herzlich willkommen, Amit Roddy. Willst du die Stellung bitte? Hi. Hallo? Hallo? Ich bekomme eine kleine Cola-Zero, bitte. Hallo? 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 Ich bekomme eine kleine Cola-Zero, bitte. Hallo? Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Eine kleine Cola-Zero war das, ne? Ja, genau. Kommt da noch was dazu? Nein. Was? Wer rupt denn da dauernd? Ich weiß es nicht. Das sind dann 1,59 mit einem zweiten Fenster. Wie viel? 1,52. Alles klar, bis gleich. Was soll denn da? Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Ich bin nur voll der Hubsen. Oh, das darf nicht auffallen, okay? Ich bin das nicht okay? Ich bin das nicht okay? Okay, warte. Das hört sie doch auf. Wie dumm. Wer hat denn die karte Idee, Leute? Hatte ich die Idee und du? Du wolltest das machen, ne? Das hat mich locker verpillt. Der eine vor mir hat die Anseck gehobt. Der Arsch. Kannst du irgendwie hupen irgendwie, dass das nicht auffällt? Gib mal einen Arm. Mach mal echt. Ja, so ist doch perfekt. So ist doch geil, Alter. Freunde, läuft. Oh, die sieht so nett aus, aber die darf man nicht abfangen. Ja, die darf man nicht abfangen, Leute. Ja, das darf man nicht abfangen. 1,950. Wie viel? 1,950. Kann ich ein bisschen kleiner geben? Ja. Wenn der aufhört zu hupen, gerne. Der? Der darf. Ich hab meine beiden Hände weg vom Lenkrad. Wirklich, oder nicht? Ich hab beide Hände weg vom Lenkrad. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. 6,5 Stunden später. Eine Ewigkeit später. Wölf Sekunden später. War zu viel? Ja. Was? Kann ich noch was bestellen? Nee, jetzt nicht mehr. Die anderen warten. Muss ich noch mal hinten rein? Ja. Ja. Schleich. Hast du die eine gehalten, die du meintest? Was? Ja, das war jetzt der McDonalds-Prank. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Leute, wir wollten ohne Scheiß noch mal einen draufsetzen und noch mal reinfahren. Aber wir sind gerade rausgefahren. Auf einmal kamen der 4-Jahr-Halter uns hinterher, hat uns angehalten und meinte, hey Leute, seid ihr völlig behindert? Vor allem den Typen meinte er, richtig komisch anzugucken. Aber du hast auch komische Sachen gemacht mit deiner Hand. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber die eine Verkäuferin meinte, ob er irgendwas bei mir gemacht hätte. Also völlig strange. Wir wollten gerne einen draufsetzen, aber wenn wir jetzt noch mal reinfahren, dann rufen die wahrscheinlich die Polizei, Leute. Aber wenn ihr Bock habt, dass wir das nochmal machen und dann mal richtig krass eskalieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like nach oben. Einen Daumen nach oben da, Leute und wieder in dem nächsten Video. Haut rein!